Hallo ihr Lieben, habt Lust eine Sondersendung für euch zu machen. SchrankTV Spezial. Warum? Weil ich mit Bernd Schumacher, den ich sehr schätze, mehrfach interviewt habe, gerade telefoniert habe in Mexiko. Das ist wirklich der Knall im All. Wir wissen ja, dass wir eine Käseglocke mittlerweile über Deutschland haben. Ein einmaliger Fall. Irrenhaus steht ganz drüber, ganz groß drüber. Und dass hier letztendlich ein Glaubenskrieg abläuft zwischen den Zäulen Coronas, die mit allen Mitteln alles probieren. Den anderen, die einfach sagen, akzeptiere doch, dass ihr euch eine Dauerspritze reingeben könnt, 24 Stunden Takt. Und die aber uns letztendlich quasi vergewaltigen wollen. So, was hat das mit Bernd jetzt zu tun? Man befindet sich in Mexiko und die Story ist der Oberhammer. Mediator, dann muss ich in Mexiko Einatmen sein, denn die Konsequen, dann dann muss ich in Mexiko ein bisschen berdecken. Also, wer ist das mit一起? Und das hat das mit, was wir überbringen, noch dass es, die Leute auf dem sonstigen, in der Säulen facebook, auf dem dann noch Ventil. Und dann mit Cortan aus einer Zeit mehr verset, auch eine Konsequen. Und dann bitte, wenn ich auf dieser Seite ein bis처�ئe, Wenn ich nicht, dann bitte, dann bitte, dann bitte.